Bayern-Online.de Bayerns schönste Seiten Hallo liebe Bayern Online Zuschauer, herzlich willkommen bei unserer Technik Show. Wir stellen Ihnen alles rund ums Thema Technik vor, von Apps über Software bis zu aktuellen kleinen Gadgets. Sie kennen ja alle diese Funkmäuse, die sind unglaublich praktisch, unglaublich stylisch. Ein Problem gibt es allerdings immer dann, wenn man gerade was ganz Wichtiges fertig machen will, dann ist der Akku leer. Dazu gibt es jetzt aber auch eine Lösung und zwar den Magic Charger. Ich lege die Maus einfach über Nacht hier drauf, die Maus lädt sich von selber auf und am nächsten Morgen ist der Akku wieder voll. Ich kann wieder voll durchstarten, hält mehrere Tage. Das ist wirklich eine tolle Lösung. So sieht das Ganze aus und diesen Magic Charger, den bekommen Sie jetzt beim Technik Handel Ihres Vertrauens.